Küchenkräuter, Pimpinelle, riecht nach Gurken, Schnittsellerie, weiß jeder wie es riecht, Ösop, ah Ösop haben wir glaube ich bei uns im Garten, der mit den blauen Blüten, hier ist der Tod. Liebstöckel ist hier auch ein bisschen bloß, aber wir hatten schon gehabt, den habe ich früher in Hackfleisch reingelegt, das sieht ein bisschen mit Petersilie ähnlich aus, dann Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, Marokkanische Minze, hier ist geschrieben Küchenkräuter, Erdbeerminze, Basilikum, African Blue, Salbei, Griechische Oregano, Bergbonenkraut, Zitronenverbene ist tot, keiner da, aber ich glaube ich habe sogar Zitronenverbene Unverträglichkeit gehabt. Deutsche Thümiäne ist in der Tat Thümus Vulgaris, das ist nicht nur das Deutsche Thümiäne, und Estragon, Artemisia Dracunculus.